Hallihallo Freunde, einfach nur mal ein Wow und vielen vielen Dank fürs Jahr 2017. Was alles passiert ist, was ich alles erlebt habe und was alles an Oskar verändert wurde vor allem, weil das war wirklich eine ganze Menge, seht ihr jetzt in diesem Video und ich konnte das erst so richtig realisieren, als ich das zusammengeschnitten habe. Es hat enorm viel Mühe gebraucht, es waren knapp 4 Stunden Videomaterial, 46 Videos im Jahr 2017, die ich jetzt zusammengeschnitten habe und ich wünsche euch viel Spaß dabei und lasst doch einfach vielleicht mal einen Kommentar da, was wir 2018 gemeinsam erleben wollen, was wir vielleicht an Oskar noch verbessern oder ändern können und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel viel Spaß bei dem Video. Oh Mann! Wir fahren für drei Wochen wieder los und es geht wieder nach Kroatien. Wir fahren für drei Wochen wieder los und es geht wieder nach Kroatien. Mann, warum kann denn nicht einmal was laufen? Ja Freunde, und so sieht das Ganze aus, wenn man sich ein Haltewerkzeug selber baut. Also sehr professionell. Musik Ich begrüße euch im Jahr 2017 und begrüße euch im Jahr 2018, auch wenn es schon ein bisschen in Gange ist und wünsche euch viel viel Spaß bei den nächsten Videos. Falls euch dies hier gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein!